Hallo und Freunde, da seid ihr wieder zu Yoshi's Story Part 9. Oh yeah, und ja, ich will jetzt die nächste Map zocken. Ihr seht schon, das fliegt euch direkt der zweite Yoshi's Story Part hintereinander ins Haus. Das finde ich sehr cool. Das liegt daran, ich freue mich sehr auf die nächste Map. Und zwar auf Kapitel 1 hier, also Kapitel 4, die Tropen, aber Level 1, das Baumhaus. Swoo, woo, 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 puff, genau. Und guckt mal, Freunde, der weiße Yoshi ist in the house. Und ich würde sagen, komm, einmal feiern wir sein Debüt im Baumhaus, Freunde. Und die Muck hier ist einfach nur richtig cool. Ich finde die nämlich extrem chillig. Na, du Spacken da unten. Okay, die sind ein bisschen nervig hier, Freunde, die schmeißen hier mit Kackkugeln, Mann. Der hat so eine hohe Stimme, Freunde. Ihr merkt jetzt schon, der quietscht hier ein bisschen rum. Aber jetzt hat er trotzdem mal ihre Hose. Naja, er ist ein, äh, er ist männlich, aber er hat, ähm... Naja, ihr versteht schon. Hier gibt es extrem viele Abzweige in diesem Spiel. Du, 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 du. Ach, schade, ich dachte, der macht bei mir der Geräusche. Ich finde es so süß bei ihm hier. Na, jetzt kommen die Flieger, los. E, oh, Mann. Der ist voll süß, Freunde. So, da unten war ein Herz, habe ich gesehen. Das will ich haben. Das ist kein klassisches Links-Nach-rechts-Level. Also, ich finde, das Baumhaus ist wirklich ein bisschen strange geraten. Weil man einfach teilweise Bäm Außer Nein, 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 nein Oh, pfu Au, Energy Schön Hä, hä Oh, ist das süß Wow Du Arsch, Mann Watz Watz Ey, wie liegt Nein, cool Güsst du nicht rum, aber es ist egal So, da oben müsste jetzt irgendwo das Herz sein Ich ziele mal ein bisschen Und Wau Mann, Freunde, der war skillig, oder? Also, sag doch mal mehr als Die Mucke ist doch voll chillig und cool, oder? Das ist so richtig Am Sommer Am Strand Oder in der Hängematte Leakfeeling Und einfach nur geil Ich liebe die Musik So, wird Zeit, eins in meiner Häuser hier zu machen Die sind nämlich ziemlich ätzend nervig, muss ich sagen Was bist du real für jeden, Mann? Bums Bounce Ha, ha, ha Bounce Ha, ich wusste, es funktioniert So, Freunde, ich muss hier ein bisschen mit Eiern haushalten Das heißt, ich werde auch mal Gegner fressen Ist ein bisschen unüblich, ich weiß Ich werde auch versuchen, so viele Steine gleichzeitig wie möglich kaputt zu machen Weil überall so ein Honigmelon versteckt That is nice Ich finde die Mucke so total geil Ich fand die schon als Kind aber möglichst chillig Und Bums Und nach nochmal Ich bin noch eine Freundin Ihr seht schon, die sind hier überall ein Steinchen versteckt Das heißt, naja Hier muss man ein bisschen auf dem Eierhaushalt achten Na du Scheibe, springst du hier rum, na? Was? Dich kenn ich noch so Der wird gefressen Ja, das hab ich vergessen Oh, was ist denn jetzt los? Hallo Ah, ne Honigmelonen, Freunde Noch eine, cool Und da ist der dritte Dickie Fettie-Warp hier, ne? Ich finde das so cool, Freunde Zu Swit, Swit, Swit Offen Und noch eine Oh, da ist auch ne Honigmelonen Ey, Freunde, hier gibt es so viele Secretmelonen Aber ich weiß, ich hab schon mal alle 30 hier geschafft Überall viele Äpfel Was bringen denn die Äpfel hier? Keine Ahnung Hä, sollte ich mal vielleicht rechts durchgehen? War da eigentlich auch so ein Pfeil, dass man durchgehen konnte? Ich weiß es nicht Das könnte auch ne ziemlich lange Map werden Weil man hier wirklich viel akribisch durchsuchen muss Um alle Honigmelonen zu finden Ihr seht schon, das war grad ein bisschen Twiggy Aber ich weiß, hier oben ist noch mehr Ich fang mal oben an Alte Hausfrauenregel Man fängt von oben an und arbeitet jetzt hier Oh Gott Ach du Scheiße Und Oh nein, Mann Scheiße Und Oh, genau So Und Ach, super Drunter durchgecheatet Mann, verdammt Scheiße Oh, okay, nochmal, Freunde Oh, nochmal Na geht doch Wollte ich doch schon sagen Ähm Hier muss ich mich irgendwie hochcheaten Oh nein, Mann Oh, ich hasse diese Viecher Boah, das war fies Boah, muss ich mir erstmal voll ins Face, Alter Ist das übel Zack Oh Mann, ey, das ist doch so für ein Arsch Cool So, jetzt halt ich mich ein bisschen durch Ich hoffe, hier ist noch was zum Aufladen Oh Oh, ja, der hier Und das Oh, jetzt ist doch voll Oh, das ist so süß Komm schon, Yoshi Streng dich an Oh, verdammt Warte mal hier, du kommst mir ganz recht Oh, eine Blume zum Aufladen, Freunde Super So, nimm mal Und Eierschuss So Herz eingesammelt, super So, jetzt geht's noch nach links Aber nach oben geht's auch noch Und da gehe ich als erstes hin Ne, von oben nach unten Hab ich ja gesagt Es gibt noch ein richtig fieses Haus, Freunde Was ist das hier denn? Oh Hier erinnert sich die Mucke, Freunde Ähm Ist ja voll geil Die Musik kenne ich wieder gar nicht mehr Also, Freunde, mal gucken Was gibt's hier so schönes Blum Mehr nicht Es gibt Oh Oh Kamikaze-Viecher von oben Okay, Freunde Ich würde hier gerne einen Safe-State machen Soll ich? Ja, komm, Freunde Ich mach das mal ausnahmsweise Ah, schön gesafe-Stated Ich wusste es Oh, nicht mehr ohne Mua, 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 mua Watt Nein Oh Mann, das war fies, Freunde Mann Fuck Oh, nicht mehr ohne Ich muss alles schaffen Mahlzeiten Und noch eine Da ist noch eine Und es gibt schon noch mehr Los, Yoshi Beil dich Ist hier noch irgendwo eine? Hallo? Uhu Ich glaub nicht, Freunde Ist ja jetzt fies Ich hab das Herz eingesammelt Und es wurde mir abgeschüttelt Das ist ja fies Also ich hoffe echt Das waren alle Honig-Melonen Sonst seh ich alt aus Düm, düm Oh, der Schwier Der Kamikaze-Spastier Ist so ein Ratter, Mann Bäm Düm, düm, düm Aber hier ist sowieso nicht mehr Ich glaub hier unten Ne, ich glaub hier war nichts mehr Ne, komm Ne, ich drück jetzt mal nicht Safe-Safe So Äh, Mann Oh, die Viecher, ey Ich wollte der Bus drunter durch Ist das fies Weil hier geht's auch noch durch Und ich will mal gucken Wo geht's denn hier hin? Stoop Ja, ich mach's mal Äh, ne andere Röhre Ich glaub, ist das Bus Rechts die Röhre und dann Ach, genau, okay Gut, dann hab ich oben alles durchforstet Und jetzt gehen wir mal links rein Swut, swut, swut Und nochmal Seite gechanged Das erinnert mich auch so An den Videoübergang Am Windows Movie Maker Äh, Freunde, genau Das war die Das fiese Haus Das war nämlich ziemlich Oh, sieh Oh, Mann Ich spring das mal Bis ganz da oben Und arbeite mich dann runter, Freunde Oh, ich weiß Ganz am Rand Da kommt da nicht hin Oh, cool Was ist das denn da oben? What? Oh, nicht mehr ohne Ching, ching Die Viecher sind Richtig mies Ach, hier ist noch was Super Hermit Meins What? Und ich bin auch ne Musik War, Freunde Los, lass uns abhauen Verpiss dich, Mann Du kannst mich mal Mahlzeit Boah, das passt mir grad richtig gut, Freunde Oh, die Mucke ist ja mal richtig geil Ach, hol ab, du komischer Hund, Mann Du kannst mich mal Schwitz, Freunde Das war jetzt richtig gut Okay, geht's nicht lang Und noch ein paar Eier mitnehmen Zack Und zack Und ein paar Schöne Oh, die weißen Eier sehen auch geil aus Da sieht man die Punkte kaum, Freunde So, jetzt würde ich sagen Eine Etage tiefer und da ein bisschen weiter forschen Weißt ja gar nicht, wo geht's denn hin Okay, da geht's nicht lang Aber da geht's lang Haha Und eine Honigmelone, Freunde Nehme ich auch damit Ach, Quatsch Honigmelone, Freunde Eine Jalapeño Eine Chilisort Whatever Und unten geht's auch nochmal um raus Das ist ja crazy Ach, hey Hier im Haus der komischen Shy Guys Flup Flup Und der zweite Ey, Mann Son, rat ab What? Oh, aufgeladen Und na, na Oh, die Honigmelonen überall hier Und der zweite Fettivarp Yoshi Genau So, wo geht's denn hoch Zack Und zack Was ist das für komische Viecher hier auch? Meine Seite so klein Dass ihr auf Stelzen laufen müsst Ich glaub, Swee muss das auch machen What? Oh, yeah, Freunde Noch ein Herz Oh, yeah Voll süß Ich glaub, man kriegt ja mal eine Melone Wenn man alle Münzen einsammelt Ey, lass mich mal hier durch, Mann Hau mal ab hier Ey, was du bist Da Ey, Mann Wie fies Ha, ha Rache Meinst du, man leckt auch die Musik ein bisschen halt, hätte viel Naja Egal, was Meins Aber die Mucke ist immer noch am chilligsten, Freunde Ey, voll chillig, ey Das hat mich immer an die Drogenjunkies aus irgendwelchen Filmen Ist doch voll gechillt, ey So eine Münze noch Und dann Erstmal ein Absturz So, Freunde Man kann ja auch ein bisschen cheaten Aber ich trau mich das grad nicht Ich mach's lieber von Äh Na, jetzt aber Ats Hahahaha Mit der Zunge kann man den nicht runter schlecken Und weggekillt, wie nice so, wo ist Nioh nicht mehr, ich hab's ja gehört ich weiß er haben, da ist er zack genau ach, so geil, Freunde Nintendo kann echt schon komische Charakter designen, muss man sagen und hier gibt's oh, guck mal, Freunde oh, ein Herz epic das ist ja auch mal ein Versteck ach, wie cool die haben übelst fette Stelzen oh, das ist aber voll der Grafikfehler kann man ja nicht runterstürzen ich teste das lieber mal nicht aus watz, watz, watz watz, watz, watz du Arschmann ja, watz, abgestoß bäms, kill, bäms scheiße ich wollt mal Multikill machen watz, watz, watz mann, verdammte Scheiße so, jetzt aber watz und watz ha, dreimal vier, super so, jetzt einmal, Freunde bams und einmal baschen alle im Arsch so, das war hier ein bisschen gefährlich, glaube ich swu, 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 swu genau, warte mal, Freunde guck mal, da oben ist noch nicht nur da muss man sich hochcheaten hm, cheaten hm, get cheated super, Freunde hehehe da, da ist auf der anderen Seite auch noch einer? nö ok, der nicht so, mal gucken, was ist das für ein Häuschen hier? hallo, Häuschen oh, ich find den so geil oh, hier seid ihr ok öh, Freunde hier sind Bienen oh, die sind voll kacke watz Mahlzeit die lassen mich nicht durch irgendwie ja, genau guck mal, Freunde die lassen mich nicht zurück der ist so fies da, 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 da und Matsch hehehe ja, du bist Matsch ja, du bist einfach mal Matsch und BÄM ich wollte sagen oh, ich schalte hier gleich mal aus watz ach, komm, lass mich durch oh, BÄM so, dro, 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 dro scheiße, Mann du komischer Springbock, Alter ja, lass mich durch, Mann lass mich durch, Mann ach Gott, sind wir nervig zack und wieder voll das ist ja, very, very nice ok, da komm ich nicht ran das ist nicht so schön hey einmal oben rum und hier watz du Spasti, Alter BÄM ah, fuck da ist noch Honigmalone, Freunde ich krieg die aber nicht wie komm ich denn da durch toll ich hoffe, die Honigmalone verschwindet jetzt nicht das wär scheiße scheiße, sie ist weg, Freunde nein ok, damit hab ich glaub ich schon gefehlt das glaub ich nicht so schön so, jetzt muss ich hier oben durch denn hätte ich mal gleich so machen sollen da wäre ich nämlich hier rum gewesen und da, ja, perfekt ach, schade, Freunde oh, aber ein Herz very nice hier ist doch nichts mehr schade ah, jetzt hab ich ne Honigmalone verfailt das ist kacke naja, Freunde kann passieren so, und rechts muss ich ja wieder hoch und lass mich durch oh, das ist natürlich für ne Epic-Mucke, Alter BÄMS so, weil ich muss ja rechts hoch weil da ist da dritter Herz, Freunde das weiß ich noch einmal Treppen steigen ey, yo bei geschilder Mugga, Alter so zack und schon weg oben und jetzt geht's nochmal nach jetzt mal gucken, was ist hier noch ähm, okay ach, ich glaub, das ist ach, genau ich weiß, was das ist ja, genau das war so ein bisschen assi hier, hier bräuch ich viele, viele Eier, Freunde die ich grad oh, no, nicht meins glückseligkeit das Glück ist fast perfekt oh, Gott da kommt ein Ding angerollt Hilfe ich brauch erstmal Eier um, ja, Freunde hier hol ich mir mal ganz schnell ne hohle Hose wieder zurück ja, ein bisschen viel Eier verschaut oh, Gott das ist halt immer zweideutig und wenn man dann hier schießt lange Zungen denkt, Freunde naja okay, ich sag gar nichts zu ist okay hier, BÄM Kombo-Killmann BÄMS down, Mann ich such ein paar Eier ach, hier sind Böcher zack los, Yoshi hol dir Eier in die Hose ach, Freunde also, wenn euch das stört dann müsst ihr das sagen echt weil mich hört's nicht ich bin so so, ich glaub hier kann ich auch rein das ist dieses höher runter Ding so, jetzt aber hier jetzt geht's los, Mann einmal hochgerollt hier und tu bist gleich mal down du Spacken kann man denn hier auf die Ruf springen? was? und doppelt 3, 2, super very nice ja, schmeiß doch kannst du mich mal pf 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 ja, schmeiß doch deine blöde Kugel ich werd dich weg kugeln so, wenn ich alle Minzen sammle müsste ich auch wieder eine Honigmelonde kriegen das mach ich auch mal schnell zack und ist natürlich kacke weil ich jetzt grad die eh eine Honigmelonde da ver... ach, und da ist er wo ist er? versammt, da ist er zack, meins 26, Freunde viel fehlt nicht mehr und wats und da ist noch eine super du 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 wats und noch eine super ey, 28 hab ich schon da fehlt ja nicht mehr viel, oder? und ich glaub, die letzte Honigmelonde ist tatsächlich hier unten in den Dingern drin wats 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 krieg alle 5 auf wem mal gesprengt wär nice wats nee, schade so, und jetzt einmal so vielleicht nee, schade das bringt nix kacke, ich will die nochmal Eier holen manno, fuck mein Club hier ist nochmal drinnen scheiße, das heißt natürlich ich kenne Eier mehr das ist natürlich richtig kacke grad da ok, Freunde ich bin nochmal gleich wieder da so einmal Blatt umdrehen wieder schon wieder mal da da ey, wirst du schon du willst boah, 5300 Freunde das wäre nice ich suche Eier mit denen werde ich feiern ja, mit den Eiern eigentlich war ich ja links auch noch nicht, oder? mal guck mal ich mach mal hier mal Freund, Freunde rein, Freunde genau wo bin ich denn hier landet? huhu jemand zu Hause? huhu klopf, klopf äh, hä ach, genau, Yoshi ganz deine Meinung nee, hier ist niemand hier ist Tod Rose hier war ich schon hier habe ich schon halt abgeräumt da 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 so ist ja auch übelst crazy ich meine, überleg mal im Dschungel so ein cooles Baum aus das wäre doch mal geiler Wohnort, Freunde auch wenn es vielleicht so ey, das ist wie so wie hier lebt man wie die Indianer im Wald, Freunde bloß, dass hier irgendwelche komischen Typis rumstehen die mit irgendwelchen komischen Eisenkugeln schmeißen hat eigentlich so gar nicht so in Baumhaus gehört die Welt ist viel zu gechillt für Idioten wie euch mal und ich geh jetzt tatsächlich da nochmal hin um die letzten paar Steinchens wegzuspringen so und ich glaube dann fehlt mir irgendwo eine Melona ich weiß aber nicht wo weil ich habe nur eine verpasst, oder? hm, ich weiß es nicht also wenn hier keiner drin ist, dann ah, da ist noch eine ich wusste doch so, Freunde und wie wisst eine Honigmelona habe ich verpasst, leider das ist scheiße ich krieg noch voll die Meise so, jetzt muss ich eigentlich bloß irgendwo eine Traube wegschleckern, Freunde und da findet sich bestimmt schnell eine, oder? ja, und da ist sie schon komm, ja, Mann und zack und dumm, dumm oh, Mann, wie geil ey, du musst übelst viele Punkte auch abgestaubt haben das ist richtig nice ja, könnte man ja ein bisschen leiser machen jetzt ist ja die coole Mucke vorbei Yoshi oh, der App findet so cool auch, dass wir die Stimmen von dem schwarzen, von dem weißen Yoshi so ein bisschen verändert haben das wird auch mal so ein bisschen Abweichung von der App das ist schon cool gemacht oh, 5.559 schade 5.555 wäre da mal geil gewesen haha so, mal gucken wir haben glaube ich jetzt unseren alten Rekord schon überboten nee, noch nicht okay aber bei der nächsten Map, Freunde habe ich es bestimmt geschafft mal gucken was nehme ich da jetzt überhaupt für eine Map mal gucken und Freunde ich schnippel das ganz kurz weg bis gleich und ihr seht ich habe es jetzt ganz kurz rausgeschnippelt weil das muss auf die Dauer echt nicht sein ich überlege gerade welche Map ich nehme aber ich schätze mal ich werde eine der ersten zwei Maps nehmen den Fischfeier oder den Quallensee mal sehen ja, ich weiß nicht mal gucken ich weiß nicht vielleicht wollt ihr mal einen Kommentar schreiben welche Map ich da nehmen soll mal sehen wenn ich es lese dann mache ich es vielleicht auch mal wenn die Aufnahme natürlich schon existiert denn seid da vielleicht schon zu spät also dann entscheidet euch rasch wenn denn also drei Maps sind offen aber ich glaube den Limbo-Platon nämlich nicht weil ich weiß nicht wo die ganze Melonen da sind ich weiß noch in meiner Kindheit habe ich da mal grundsätzlich kaum Honig Melonen zusammengekratzt keine Ahnung warum also ich denke mal ich werde eine der ersten zwei Maps nehmen also Freunde wir sehen uns im nächsten Part so Part zählen cool erstmal wieder ein Jubiläumspart also Freunde bis dann macht euch gut haut rein und ciao